Lies, 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 lies doch mal, lies, 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 wenn du wissen willst, wofür dieses Spektakel namens Universum gut ist, wenn du den Sinn deines Lebens suchst, wenn du wissen willst, warum wir fünfmal am Tag beten, warum ich fast, die Sakat errichte und die Hajj, warum Rassismus keine Platz im Islam findet, und warum wir allgemein so leben, dann lies den Koran, informier dich, die Frage ist, wer hindert euch daran oder was hindert euch daran, es ist gut für jeden den Koran zu lesen, um die Lücke zu füllen, die jeder hat im Herzen, weil er nicht weiß, woher er kommt, wohin er geht, vor allen Dingen, wohin er geht, man sollte sich aus authentischen Queren informieren, jeder Mensch, der glücklich leben will, der nach der wahre Religion sucht, soll den Koran lesen, zumindest mal lesen, lies, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, hör nicht auf die Medien, lies den Koran und bilde dir deine eigene Meinung, lies den Koran, das ist die Botschaft, das ist die Botschaft für die Menschen, für den, der erschaffen worden ist und den, der euch erschaffen hat, das ist es.